In der Unterwelt von New York City gibt es Gangster, Killer und korrupte Cops. Aber heute ist die meistgesuchte Person der Stadt ein zwölfjähriges Mädchen. Alles in Ordnung? Warum sind diese Kerle hinter dir her? Ich kann mir alles merken. Sie haben mir eine lange Zahlenrehe gezeigt. Gibt es an diesen Zahlen irgendetwas Ungewöhnliches? Sie sind nicht zufällig. Sie haben eine Logik. Das ist ein Code. Wer hat das Mädchen entführt? Es war Luke Wright. Was? Luke Wright, der härteste Cop in Big Apple. Aber das ist lange her. Sagen Sie Ihren Leuten Bescheid. Chinesen und Russen, sperren Sie alle Straßen, die aus Manhattan rausführen. Dieses Mädchen darf die Stadt nicht verlassen. Ab heute herrscht Krieg. Sind wir da sicher? Bis zum Tag meines Todes. Ich habe die Zahlen. Jetzt habt ihr es mit mir zu tun. Festhalten! Litt sie verrückt! Los, schnappt ihn euch! Sie haben wirklich Eier, Luke. Ja, Wahnsinn, dass ich noch laufen kann. Ich weiß nicht, was ich in diesen Momenten zu sagen kann. Was ist die Momenten? Hier ist diem Kakiakabuat.